Unsere gemeinsame Freundin, Carlotta Pahl, ist eines Tages bei mir vorbeigekommen und hat von einem Film erzählt, der ihr Leben verändert hat. Und in dem Moment hatte ich den Impuls, das könnte doch ein Lied sein. Und dann hatte sie eine Klavieridee, wir haben uns ans Klavier gesetzt, haben so eine Skizze erarbeitet und haben die dann Sascha zukommen lassen. Und daraus ist dann dieses Lied geworden, das mit anderen Augen. Man muss dazu sagen, Carlotta hat nie locker gelassen und der Song hat sich so immer weiterentwickelt, wurde immer elektronischer und am Ende gibt es diese Roboterstimmen und der Song fällt richtig auf, wenn man in dieses Album hört und macht eine ganz eigene Welt auf. Ich liebe diesen Titel auf jeden Fall sehr, mit anderen Augen. Wer mich braucht, der bleibt hier, doch ich schaue nicht zurück. Wer mich nicht zurückkommt, wer mich nicht zurückkommt. Wer mich nicht zurückkommt. Wer mich nicht zurückkommt, wer mich nicht zurückkommt. Wer mich nicht zurückkommt, wer mich nicht zurückkommt. Wer mich nicht zurückkommt. Wer mich nicht zurückkommt.